Na gut, die Rangers gegen Dortenheim. Rangers 0 Punkte, Dortenheim 1. Wie vierte Spiel ist das für beide? Dritte. Eine der letzten Chancen. Früher hat es schon geile Lieder gegeben. Ja. Ja, ich meine, es gibt heute auch noch so gute Lieder, aber ich glaube, die werden jetzt nicht mehr so populär im Tag. Ja. Oh, ich möchte ein Spiel wieder mit Rückblick feiern. Ich glaube, das Spiel war eh Rückblick feiern. Salzburg? Na. Ah ja, Salzburg. Leipzig. Na, das war nicht so populär. Okay. Bei mir war's urverrugelt. Und jetzt auch wieder. Ja, jetzt ist es wieder. Ja, null Punkte, die Rangers stehen derzeit. Oh. Am Abstiegsplatz. Sozusagen. Oh. Ja. 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 Schö�. Ja. 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 Wo kannst du denn gerade gehen? Oh, jetzt! Ja, das sind halt so Lige, die hörst du halt nicht aus, oder? Ja. Zwar zu dort und zurück, oder? Wenn du nicht gehen darf... Wenn du nicht darfst... Wenn du nicht darfst... Wenn du nicht darfst... Wenn du nicht darfst... Oh... Alles so ging sehr durch heute. Ich verstehe aber nicht warum das jetzt wirklich ist. das stimmt aber da habe ich mir das lieber also ich weiß nicht wenn man doch nicht aufbauen kann das spiel ich glaube dass die daniela im internet ist noch hoch ich bin jetzt mein handy auch noch zusätzlich im wiederum ich glaube das packt das irgendwie nicht ganz da könnte ich welche ausprobieren wenn ich so mobilität nein für was haben wir es für was haben wir die sechs gig das ist doch nebenbei das mal noch lauf oder ja auch schön kann ich auch mal ausdrehen dass ich zwar nicht wenn irgendwer schreibt aber das hätte ich schon länger nicht mehr wer geschirmt wenn dann tut es mal laut ich habe auch nicht wirklich genutzt das ist Oh Das war campfire Oh alles bis jetzt erst dort ich bin schon beim halben lied ja oh 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 Heute Funke Der zählt Der zählt 2 zu 0 Einer Retten sich hier die Rangers Ein paar Videos sind da leider schon gelöscht Entschuldigung Linke Seite Linksverteidiger und linker Sturm Haben die Torwärte zählt Na dass wir nichts aufstecken kommen Schnells 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 Oh Oh, da für die Fritz. Was ist das, wie heißt der, Donnevegas? Ich glaube ja. Yes. Genau, Donnevegas. Der Handtaschenklauer, der alte. Stimmt ja. Stimmt ja. Das war ja sogar eure Vision zum Contest. Ist das nicht? Kann man mal machen. Das war ja. 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 Das war eine Knudelt, eine Knudelt. Also die Frage, zählt er jetzt für den Cain oder nicht? Nein, der darf in Berlin. Nein, bin er nicht. Ja, aber zehn Röte. Offiziell zählt es nicht, bei uns zählt es aber für Cain. Okay. Ja, Mann, war ja so gut wie drin. Ach. Das verspricht jetzt noch eine heiße Schlussphase. Oh, schade. Ja, die waren geil. Die hatten zwei Lieder, aber die waren gut. Ja, da spielst du noch Messerschneide auf beiden Seiten. Oh, man weiß. Nein. Oh. Scheiße. Aber ich will es nicht verschreiben, bis ich es noch keine Rote geben. Stimmt. Oh, das war nix. Oh. Ja. Nein. Ich schicke das. Das war jetzt selber reingemacht. Davies. Oh, der kann nicht mehr. Fast. Ah, den habe ich, warum habe ich den zurück abgelegt. Abwad. Offiziell ist es, dass es die Stimme hier nicht so ist. Aufwadung des Hörer Bundesheidsaers. Nr. 20, Delhi Alley. Aufwadung des Hörer Bundesheidsaers. Aufwadung des Hörer Bundesheidsaers. Nr. 10, Steven Davis. Non. Na ja, wir kommen, wir kommen, wir kommen, wir kommen mit Sonnenschein, wir werden uns jetzt nicht mehr so. Das hat so viel jetzt im Strafraum getribbelt. Und der Park geht ab und ich sag, heeeey, ab in den Süden. Oh! Heeeey, ab in den Süden. Mit drei Punkten muss ich die Angels sehr sicher fühlen. Das gibt's jetzt. Der war aber schön. Lukas! Für Tottenheim ist der Punkt auch wichtig. Oh! Lucky Punch am Schluss. Lucky Punch. Aber ein Punkt. Ich bin echt gespannt, welche Mannschaften von uns ausstarten. Ja, ein Spiel noch und dann geht es in die Entscheidungsphase. Ich bin echt gespannt, welche Mannschaften von uns ausstattet.